hallo und willkommen zum weiteren video von mir heute möchte ich mal ein mhl kabel zeigen für micro usb geräte ich hatte hier schon video gemacht habt das war allerdings nicht wirklich so wie ich mir vorgestellt habe und dementsprechend mache ich hier noch mal ein neues video um es einfach noch mal besser zu zeigen und auch mal das ganze thema euch besser vorzustellen das kabel selbst ist verpackt kommt von kw mobile und hat insgesamt drei anschlüsse klar einmal den anschluss für usb der stromanschluss einmal der anschluss für für hdmi und einmal der anschluss für micro usb das ganze kabel ist rund 1 meter 80 lang ich mache jetzt kurz bisschen auf allerdings ganz ausbreiten kann und will ich jetzt nicht weil das wäre auf meinen tisch wo ich gerade bin ein bisschen sehr umständlich genau wie gesagt das kabel ist ganz normal hier wird dann hier ganz so angeschlossen als ein sehr ich das darf mal es wird hier angeschlossen usb ist wichtig denn ohne usb bekommt man dann keine verbindung deshalb ist auch hier an dem micro an dem hdmi kabel auch extra eingang für usb für den strom und auf der anderen seite ist nach einer nach 1,8 meter ungefähr der anschluss fürs handy hier gibt es zu beachten dass das handy auch mhl unterstützen muss das machen nicht alle handys und dementsprechend müsst ihr auch wirklich darauf achten ein handy mit mhl zu haben ich habe jetzt hier ein honor 6 das unterstützt es und dementsprechend würde ich euch das ganze thema dann nachher mal vorstellen mal zeigen am fernsehen wie das dann auch in live dann auch aussieht das heißt wegen drehen wegen reaktion und so weiter und so fort gut das war's erstmal wenn ihr noch fragen haben solltet nach dem praxisvideo meldet euch einfach bei mir und ich würde mich dann kurzfristig auch in den kommentaren bei euch wieder zurückmelden dankeschön und bis gleich hallo und willkommen zum praxisvideo ich werde euch jetzt mal das ganze thema vorführen anhand unseres fernsehers und da würde ich die ganzen schritte schritt für schritt mal kurz auch mit beschreiben und durchgehen zuerst muss das ganze thema natürlich mal gestartet werden dementsprechend mache ich mal fernseher an und gehe auf den hdmi ausgang oder eingang den ich sozusagen jetzt hier brauche hdmi 3 brauchen wir auch hier auch hier ist der microsoft stick drin den entferne ich jetzt mal hier kurz zack seht ihr schon zack jetzt halt machen wir den stick hier rein zack 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 er hat zack 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 auf hier anschließen, einmal anstecken, anmachen und schon ist es da. Wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst in jedem Fall ein MHL-fähiges Handy haben. Ich kann es leider nur hochkant, weil der Browser, der Launcher, der jetzt hier drauf ist, der Original, kann leider nichts anderes machen. Wir gehen jetzt aber mal kurz in Bilder rein, die auch hier sind, Galerie, Zulassen, ja, Alpen, da sind sie zum Beispiel, Empfohlene Bilder, Wellen, weil ich sie quer mache. Achso, das Bild ist hochkant, dementsprechend kann ich es nicht quer machen, klar. Ich mache jetzt mal selbst ein Bild von dem Ganzen, dann seht ihr es am besten. Schauen wir das Bild mal an. Und so seht ihr, ich scrolle hier rein und kann euch ganz genau zeigen, wo was ist. Und so weiter und so fort. Hier ist eine Kamera auf dem Fernseher. Hier sind die Kabel, die jetzt unten rausführen. Und so weiter und so weiter. Also, es ist eine sehr einfache Lösung. Wichtig ist, wie gesagt, das Thema, es muss das Handy können, ansonsten bringt es nichts. Und ja, das war es dann schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen unterstützen bei eurer Entscheidungsfindung. Und wenn ja, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mich auch beim Video unterstützt. Ansonsten bei Fragen oder weiteren Rückfragen einfach melden. Und ich würde mich dann auch in den Kommentaren bei euch zurückmelden. Danke und bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020